Musik 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 Okay, also Ah! Dann mal hier rüber Weiter Ähm, jo Ich weiß noch nicht so ganz genau wie, aber Egal Ich bin nicht in Eilen Mit Geduld und Spucken Wenden Sie einen Weg Ablenkung zu erzeugen? Ja Wie zum Anker soll ich das denn machen? Ich kann zwar wieder zurück gehen Aber es bringt mir auch nix Turbine? Lauf, 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 lauf Schleich da vor sich hin Hallo hin lieber Da bin ich Oh 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 Du, die Jägerin Das hast du mir gestauren Du, die Jägerin Oh oh Okay, Edge Trace ist weg vom Fenster Und ich habe den Zugangscode Jetzt ist keine Zeit für Medaillen Schwester Finde Silla Cartier-Words und überrede sie das Rückverwandlungsprojekt aufzugeben Los! Hm Okay Aber er ist nicht abgestürzt Das heißt wir können davon ausgehen, dass der Kerl eventuell sogar noch mal wieder kommt Ähm Bin ich da jetzt einfach so von abgestürzt? Na okay Ich gehe jetzt mal einfach nicht auf die Suche, sondern Gehe einfach mal direkt weiter mit etwas Glück Wo bin ich denn jetzt hier? Hey Hallo Das ist doch mal viel eher was Ups Ähm Entweder hat sich der Roboter besoffen oder ist kaputt Oder ist Karamek verschuld? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich hier auf so eine Art, äh Strich? Ist das ein Edelbordell? Oder sowas in der Richtung? Das sieht aus wie, äh Ladegeräte? Das Ding ist doch noch nicht durch Der Kerl kommt doch bestimmt noch mal wieder Und es würde mich auch nicht wundern Wenn er jetzt gleich noch mal irgendwie wieder kommt Na schade, kann man nicht reingucken Nein Nein, ich bin kein Voyeur Wo ist ein Henker? Da Bin ich hier? Oh Oh, es ist Memorize und der Sensen Ne Da Tagebuch Da Erste militärische Anwendung Das wird es wohl sein Bitteschön Wen es interessiert Der weiß Bescheid, der kann es sich selbst durchlegen Warte jetzt Oh, guck an, ich bin ja wieder passend rausgekommen Na, so ein Zufall aber auch Wer hätte das gedacht? Die Memorize-Zentrale ist direkt neben dem Pornogeschäft Oder neben dem Puff Chase hat die Zentrale mit Kugeln durchsiebt Dieser Irre Aber vielleicht komm ich ja auch jetzt rein Oh ne Hey, ihr Rittverwandlungs-Kanalien Macht euch nützlich Schlaft sich Ah, ah, ah G-G-G-G-G Scheiße Das sind die Sabers Das ist ja auch noch ein Elite-Soldat mit dabei Ja, schöne Scheiße Ähm Achtung 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 Man geht's doch mal kaputt Na toll Und jetzt? Oh ne, bitte nicht Nein, ich möchte gerne eine Logikbombe auf den und gute Nacht Oh, jetzt erst mal wieder ein bisschen Oh nein, ja Oh fuck Der lebt immer noch Na dann Machen wir was anderes Und dann Und dann Was für das Oh nein Okay Dann Halt So Oh nein Okay Der Hochziehen hier Weg mit dir Äh ne Der ist weg Ui Zeit für etwas Neuromantie Aktiviere Captain Traces Remini Szene Sein geborstenes Gedächtnis soll sprechen Aber bevor ich das mache Komm Ich kann mir was Neues freikaufen Einen Feier könnte ich auf jeden Fall gebrauchen Den draufsetzen Und jetzt bräuchte ich eigentlich noch zwei Dreiecke oder zwei Vierecke Zwei Vierecke habe ich frei Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur ein bisschen mehr Punkte zum Verteilen Ach da ist ihre Remini Szene Na dann Jetzt mach hin Einmal Synchro Ach Äh Ähm Okay Remini Szene Meine erste ist zweite von allem zusammen Meine zweite wird ein bei absolut Meine dritte hat all ihre Sinne Meine vierte steppt wie eine Spinne Und alles in allem gehe ich durch eine Tür Das ist ein Zahlenrätsel Verbundene Sinne Es müsste sieben sein Gefriert Das heißt Wasser oder allgemein Gefrierpunkt liegt bei null Also ist das zweite die null Die dritte die sieben Und eine Spinne hat acht Beine Aber was ist das erste? Meine erste ist zweite von allem zusammen Meine zweite friert ein bei absolut Meine dritte hat all ihre Sinne Meine vierte steppt wie eine Spinne Und alles in allem gehe ich durch eine Tür Taschenrechner Äh Die erste Ist die zweite aus allen zusammen Was haben wir denn hier? Wir haben hier glaube ich alle komplett Einmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null Eins, plus zwei, plus drei, plus drei, plus vier, plus fünf, plus sechs, plus sieben, plus acht, plus neun Komme ich auf 45 Die zweite davon ist dann also die fünf Fünf Die zweite gefriert Die dritte sind sieben Sinne Und die vierte sind acht Beine Äh Nicht? Moment Fünf? Null Sieben Acht Vertue ich mich da jetzt irgendwie? Fünf Null Sieben Ähm Nochmal Meine erste ist zweite von allen zusammen Meine zweite fährt ein bei absoluten Meine dritte hat all ihre Sinne Meine vierte steppt wie eine Spinne Und alles in allem gehe ich durch eine Tür Hm Okay Ich glaube Ich werde hier einmal mal einen kurzen Break machen Mir das Ganze nochmal vor Augen halten Und dann ein bisschen rumknurbeln Und dann geht's hier gleich weiter Und dann geht's Ja Ja Ähm Ich glaube